Es geht jetzt darum, dass wir die nächsten Tage erstmal nutzen werden, um ein bisschen frischer zu tanken, weil, wie ich erwähnt habe, waren die letzten Wochen nicht ganz so leicht und trotzdem werden wir auch dann mit einer recht großen Trainingsgruppe, das ein bisschen ungewohnt ist für uns in Dortmund, der Länderspielpause, es so nutzen, dass wir uns dann optimal vorbereiten für den Schlussspurt in der Saison. Wir wissen, dass es dann keine Verschnaufpause mehr geben wird, wir wissen, dass es nicht viele Ausrutscher geben darf und die Kategorie Gegner wird uns alles abverlangen und darauf werden wir uns gut vorbereiten und dann allen zeigen, dass unsere Saison noch lange nicht vorbei ist. Ja, der Schlüssel liegt natürlich erstmal in guten Leistungen hier bei uns beim BVB und ich finde, Mats hat heute ein tolles Spiel gezeigt, er hat jetzt unter der Woche schon gespielt. Es gab auch Gründe, wieso Mats ein paar Spiele nicht zur Verfügung stand und dementsprechend haben wir das nie so groß werden lassen, wie es dann vielleicht nach außen gemacht wurde. Mats ist ein extrem erfahrener, extrem wichtiger Spieler für uns und das hat er heute nochmal unter Beweis gestellt und wenn er so performt, dann wird sich aus dieser Nicht-Berücksichtigung vielleicht auch noch ein bisschen was verändern.